Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod. Als ich vor ein paar Jahren mal die Chance hatte, Backstage zu Morrissey, ihr wisst schon, Morrissey, der Typ bei The Smith, der mittlerweile gerne mal mit rassistischen Kommentaren auftaucht, zu sein, sagte mir dessen Tourmanager, Erik mach's nicht, weil ein paar Leute, die man persönlich vom Musikgeschmack her mag, sollte man einfach nicht kennenlernen. Heute ist jemand zu Gast, der mit ganz viel von dem, was er macht und gemacht hat, meinen Musikgeschmack sehr doll getroffen hat und bei dem aber genau das Gegenteil ist, nämlich ist es umso schöner, ihn kennengelernt zu haben. Heute da ist Jan Müller von Tocotronic, das Bierbeben, mittlerweile mit ganz vielen tollen Podcasts namens Reflektor am Start und um das vorher zu erzählen, Jan und ich haben uns kennengelernt, als ich noch in der Musikindustrie war und es ging um eine fantastische Hamburger Band namens Herrenmagazin und seitdem kennen wir uns so aus der Entfernung und sehen uns. Schön, dass du da bist, Jan. Ja, ich freue mich bei dir zu sein, Erik. Vielen Dank für diese Vorstellung, die mich ein wenig erröten lässt. Ich muss das einmal erzählen. Wir haben im kleinen Vorgespräch, habe ich mich daran erinnert, dass mein allererstes Tocotronic-Konzert 1996 in der Kulturbrauerei hier in Berlin war. Hätte dir damals jemand erzählt, dass du auch 2020 noch Jan von Tocotronic bist? Hättest du es geglaubt? Nein. Wirklich nicht? Ich glaube damals tatsächlich nicht. Es ist ja auch, wenn man in dem Alter ist, spielt Zukunft ja auch viel weniger eine Rolle als jetzt in einem höheren Alter. Also bei mir ist das zumindest so. Ich denke jetzt mehr an morgen, als ich damals an morgen gedacht habe. Wie alt warst du, 96? 96 war ich 25 und da war wirklich so der Fokus, der ging vielleicht ins nächste halbe Jahr hinein. Auch was unsere Band betrifft, waren die Planungsspielräume viel kürzer. Da dachte ich, oh ja, machen wir nochmal eine kurze Tour hier. Das war alles viel spontaner natürlich. Gab es zwischendurch mal Momente, wo du dachtest, ey, das Musikerleben ist vielleicht doch nicht das, was ich bis an mein Lebensende machen möchte? Ja, also das ist ja irgendwie so eine Grundsatzfrage. Wenn ich jetzt schon die Vokabel Musiker würde ich für mich schon, sogar die würde ich für mich grundsätzlich so in Frage stellen, weil mit einem Musiker verbinde ich jemand, der wirklich sich sehr durch das Musizieren definiert. Und ich musiziere auch gerne und das macht mir einen riesen Spaß mit meiner Band und Live-Konzerte und alles. Aber ein Gast, den ich bei Reflektor hatte, Tilman Rossmi, der hat das so schön gesagt, der meinte so, ja, er ist ein Typ in einer Band, aber er ist kein Musiker. Und das war für mich so ein Erleuchtungsmoment. So ein bisschen so sehe ich das eigentlich auch so. Eigentlich ist dieses in der Band, in einer Band tätig sein, sowas mit Freunden zusammen machen, für mich viel wichtiger als jetzt das reine Musizieren. Und so Momente der Krise, dass ich jetzt für mich gedacht habe, wie wird das weitergehen, die gab es natürlich. Ist ja schon lange her und das war jetzt auch nicht so eigentlich mit Krisen in der Band verbunden. Glücklicherweise, und das ist für mich echt als der größten Glücke, Glücke, kann man das sagen, meines Lebens, ist, dass wir drei und jetzt vier uns gefunden haben bei Tokotronic und so gut verstehen. Und natürlich gibt es Auseinandersetzungen und so, aber es gab nie diesen drohenden großen Bruch oder so. Also das heißt, ihr kommuniziert noch persönlich und nicht nur über Anwälte und ihr fahrt in einem Nightliner und nicht in vier Nightlinern. Nein, vier Nightliner und dann fünfte für die Anwälte. Nee, glücklicherweise ist das so, was auch, glaube ich, viel damit zusammenhängt, wie erfolgreich wird eine Band, wie intensiv ist die Tätigkeit in einer Band. Wir sind ja so ein bisschen unterm Radar immer, wir waren jetzt nie so die Top Ten Single Band und was jetzt nichts über unsere Relevanz sagt, sag ich mal, aber wir liefen da immer so ein bisschen unterm Radar. Und nicht so im Mainstream-Markt und wir hatten auch immer Zeit, privat zu sein. Und auch, weiß ich nicht, wenn man jetzt in irgendeiner Boyband spielen würde, da wird es ja 370 Tage im Jahr über die Dörfer gejagt und das ist Gott sei Dank für uns nicht so. Das heißt, du bist schon auch noch, also wirst du als Mitglied von den Tokos erkannt? Es kommt ganz drauf an, wo ich bin, sag ich mal, also ich hab meine Ruhe auf der Straße, es ist klar, manchmal kommt jemand und das ist für mich eigentlich immer auch ein ganz rührender Moment und wenn man dann jetzt natürlich bei, im Moment geht's ja nicht, wenn ich bei irgendeinem Indie-Konzert bin, dann ist die Quote von Menschen, die mich erkennen, schon höher. Aber das ist nie so, dass es unangenehm ist. Das hat mir Flake von den Rammsteinern mal erzählt, dass es sein größter Glücksfall ist, dass er, also mittlerweile vielleicht häufiger, weil er auch mal bei Radio 1 mit seinem Gesicht auftaucht, aber dass er eigentlich, den nimmt niemand wahr, wenn der in privaten Klamotten rumläuft. Das ist für den was, wo er sagt, das ist für ihn ein Entspannungsmoment, dass er auf der Straße eben nicht angequatscht wird von Leuten. Was mich interessiert ist, sag mal, wie hat deine Familie diese Musikerkarriere wahrgenommen? Fanden die das gut am Anfang? Also du hast vorher mit Arne eine Band gehabt, hab ich das richtig im Kopf? Genau, ich war mit Arne, den hab ich kennengelernt, da war ich 13 in der Schule. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, also wir sind alte Schulfreunde und wir haben eigentlich so eine gemeinsame Popmusik-Sozialisation. Wir haben dann angefangen, uns erst hauptsächlich für Punkmusik zu interessieren und dann auch, ich kam ja vom Hardrock, Arne vom Rock'n'Roll, das hat sich irgendwie so ganz gut, der war so Shaken Stevens Fan und ich liebte Kiss und ACDC. Und irgendwann bewegten wir uns dann gemeinsam auf Punk zu und haben dann wesentlich später eigentlich wirklich aktiv eine Band gegründet. Da waren wir schon 17, 18 und da hat Arne erst Bass gespielt und ich hab gesungen. Genau, das war nicht so eine gute Idee und irgendwann, schon bevor wir Dirk kennenlernten, ergab sich dann eigentlich so die Kombination, dass Arne am Schlagzeug war und ich am Bass. Also wie fand deine Familie das, was da passierte? Also ich sag mal so, meine Eltern fanden es gut, dass ich kreativ was tue, obwohl sie jetzt natürlich diesem ganzen Punk-Underground-Ding auch skeptisch gegenüberstanden. Das war ja auch eine Zeit in Hamburg damals in den 80er Jahren, die sehr politisiert war und in diesem Zusammenhang auch mit der Hafenstraße und so sehr militarisiert. Und da gab es schon Sorgen in meiner Familie, aber gleichzeitig auch immer eine große Förderung, wenn ich was Kreatives tue. Das heißt aber, du warst auch in dem autonomen Umfeld unterwegs. Naja, es war so, dass die Konzerte, die ich besucht habe, die fanden halt viel in der Hafenstraße statt, so diese Punk-Konzerte, Störtebäcker, so hieß der Club. Oder auch in der Roten Flora und also ich war an diesen Orten, aber mich hatte eigentlich schon recht bald eine Skepsis gegenüber dieser doch sehr ideologisch geprägten Szene und vor allen Dingen gegenüber der Militanz. Das war auch das, was mich dann eigentlich im Endeffekt von dieser Punk-Szene, die ja sehr eng damit verknüpft war, in Hamburg zumindest, davon weggebracht hat. Und ich habe mich dann eigentlich sozusagen so ein bisschen in den Indie-Rock geflüchtet. Das war dann, da ging ja auch so die Musik der Hamburger Schule los. Bands wie Hua oder Kolossale Jugend haben mich dann sehr interessiert. Für mich war das irgendwann nicht mehr lebendig genug und mit zu viel ideologischen Mauern verbunden. Ja und als dann Tocotronic irgendwie erfolgreich war, fanden meine Eltern das total super. Die waren, glaube ich, einfach sehr, hatten natürlich auch Sorge, dass ich jetzt irgendwie, ich hatte ja studiert damals, da habe ich ja Dirk kennengelernt beim Jurastudium. Du hast Jura studiert. Ja natürlich. Und das Studium. Das sieht man heute noch an dem unglaublich ordentlichen Kragen. Genau, genau. Gestärkt und gebügelt. Aber das eigentlich in dem Moment, wo ich Dirk kennenlernte, war das Studium passé. Und das war ganz zu Anfang des Studiums. Und ja, aber dann hat sich das ja irgendwann, war das einfach klar, dass mein Weg der Weg der Musik ist. Und das fand ich, haben meine Eltern dann sehr wohlwollend begleitet. Ich war dann ja finanziell auch unabhängig. Das ist natürlich auch ganz schön für beide Seiten. Die haben sich gefreut. Einer ist Schlügge. Ja, genau. Es gab aber einen Tiefschlag in der Zeit, wo du mir erzählt hast, dass dein Bruder relativ früh verstorben ist. Ja, richtig. Also das war… In dem Zeitraum fiel das? Das war eigentlich kurz vor der Gründung von Tokotronic. Das war im Jahr 92. Genau, ich war 21. Er war noch 23 gerade. Und klar, das war nach einer Krebserkrankung, nach einer Zweijährigen. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr geprägt hat und mein ganzes Leben auch bis heute sehr stark prägt. Und natürlich auch die familiären Strukturen sehr durcheinander wirft. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich bei mir in der Familie beobachte, also die Frauen in meiner Familie haben eine hohe Disposition für Brustkrebs. Und ich sehe dann bei meiner Schwester, wie das zum Beispiel, weil die sieht, was bei meiner Oma war, was bei ihrer Mutter war, dass das zu einem, ich will nicht sagen Hypochondertum, aber zu einer sehr großen Angst dort führt. Wenn man seinen Bruder, der zwei Jahre älter ist, so jung an den Krebs verliert, was für eine komische Formulierung, aber durch Krebs verliert, hast du da Ängste entwickelt, dass du eine ähnliche körperliche Disposition haben könntest? Oder war das klar, wo es herkam? Paradoxerweise, nee, es war nicht klar, wo es herkommt. Bei Krebs ist ja, warum kriegt jemand Krebs, das ist ja, klar gibt es diese genetischen Dispositionen, aber in dem Fall kann man das jetzt nicht so klar sagen. Also ich habe da überhaupt keine Angst. Ich bin überhaupt nicht hypochondrisch veranlagt, so würde ich es mal formulieren. Oder ich habe keine großen Krankheitsängste. Ich habe sehr großes Nicht-Einverstandensein mit dem Sterben und dem Tod. Und also gar nicht unbedingt, dass ich denke, ich will jetzt ewig leben, so ist es nicht. Also ein bisschen soll schon noch kommen, oder? Ja, also ich bin ein Mensch, ich habe eine, meine Zeitwahrnehmung ist so, es gibt ja Leute, es gibt ja Menschen, die langweilen sich immer, die sagen, oh, wann ist der Tag endlich rum? Und es gibt Menschen, die, und dazu zähle ich, für mich verfliegt die Zeit unfassbar schnell. Wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich in meinem kleinen Büro sitze und da irgendwie einen Podcast vorbereite zum Beispiel, dann gehe ich da irgendwie um neun hin und ehe ich mich versehe, ist 17 Uhr oder 16 Uhr oder was weiß ich. Also und so geht mir jetzt mein ganzes Leben, dass ich denke, oh, jetzt hier 49 bin ich, wie schnell ging denn das? Also das ist so. Also der Müller, der Müllersche Tag könnte doppelt so lang sein. Ja, unbedingt. Ja, ich finde, das Leben ist kurz. Also für mein Empfinden ist das Leben kurz. Was ich bei meiner Arbeit manchmal beobachte, ist, dass wenn, wie viele Geschwister hast du? Ich hatte nur einen Bruder, also ich habe keine Geschwister. Dass wenn Eltern ein Kind mit Geschwistern verlieren, dass danach häufig der Fokus und die Angst um das Kind, was noch da ist, größer wird. Hast du das bei deinen Eltern oder wie haben die, hat sich ihr Umgang mit dir verändert danach? Ja, eigentlich positiv. Also wie ich das ja schon andeutete, ich war ja ein Kind, ich habe halt so mit Punk und Underground sehr rebelliert. Und auch gegen sie? Ja, das ist ja immer ein Rebellentum gegen Jugendkulturen, glaube ich, immer eine Rebellion gegen die ältere Generation und gegen die eigenen Eltern auch. Würde ich zumindest so. Meine Mutter hat mich rausgeworfen damals, also mit einem Iro auf dem Kopf und hat mich aber auch dann mal im besetzten Haus hier in Berlin besucht. Iro ist ja auch keine vorteilhafte Frisur, müssen wir mal feststellen. Ist es nicht, Punkt. Und gerade wenn er orange ist, ist er noch viel unlustiger. Aber nie zurück. Haben die sich mehr fokussiert auf dich oder war da mehr Angst um dich? Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube, wie gesagt, die Familienstruktur hat sich sehr stark dadurch geändert. Mach das mal konkret, was meinst du damit? Ja, ich denke mal, ich kann es eher an mir selber festmachen, weil ich kann ja nicht in das Seelenleben meiner Eltern reinblicken. Und für mich war einfach klar, dass es wichtigere Dinge gibt. Also für mich war es dann nicht mehr wichtig, irgendwie besonders zerlottert rumzulaufen. Nicht, dass ich dann irgendwie, für mich war es anders. Für mich war das Provozieren irgendwie, hat keine Rolle mehr gespielt in dem Moment. Und das ist natürlich für einen Menschen, wenn er so am Anfang des Lebens steht, ins Leben reingeht, wie ich, und dann mit dem Tod konfrontiert ist, ist das natürlich eigentlich genau der Moment, wo man davon gar nichts, das passt ja nie der Tod, aber es ist schon sehr konfrontativ in dem Moment. Und ich glaube, ich kann von mir selber sagen, ich habe, das war ein sehr großer Entwicklungssprung, diese Erkrankung meines Bruders und der Tod, den ich sonst gar nicht hätte machen können. Und das hat mich… Also ein Entwicklungssprung vielleicht näher zu dir selber oder zu dem, was du mehr willst. Falsch verstanden? Ja, es ist schwierig. Also ich muss kurz überlegen. Also viele Themen, an denen ich mich sonst länger aufgehalten hätte, viele Pubertätsthemen, waren eigentlich mit einem Bruch abgeschlossen, weil sie keine Bedeutung mehr für mich hatten dann. Einerseits bringt es einen nach vorne, verschafft einen Vorsprung gegenüber anderen Gleichaltrigen. Andererseits ist es natürlich auch eine Belastung, weil man Sachen, die man eigentlich ausleben muss in dem Alter, nicht auslebt. Und das hängt einem lange nach. Und das, wie gesagt, was ich vorhin meinte, es prägt einen auch sehr. Ich wäre ein sehr anderer Mensch, glaube ich, wenn diese Krankheit und der Tod meines Bruders nicht gewesen wären. Aber das ist was, was ich in einem Guten häufiger zu hören bekomme, dass mit dem doch jetzt großen Abstand, also auch Abstand zum Schmerz, der akut war, dass Menschen berichten, dass das so einschneidend war, dass es im Nachhinein, ohne zynisch zu wirken, eigentlich was Gutes für sie bewirkt hat, weil sie sich mehr auf Sachen fokussiert haben, wo sie heute sagen, mir waren gewisse Sachen, was du sagst, egal auf einmal, weil das sind Kämpfe, die Scheinkämpfe waren. Und ich habe mich eher auf das fokussiert oder ich habe eher einen Schub bekommen, mich damit zu beschäftigen, was mich wirklich interessiert. Dass quasi dieses langlebige Tokotronic-Fantum auch von mir, dass die Band dadurch an Wichtigkeit vielleicht gewonnen hat. Ich kann das nicht sagen und bestimmt, das versuchte ich auch anzudeuten, wächst man an sowas wie einem Trauerfall, also auf jeden Fall sogar. Aber unterm Strich ist das natürlich was ganz Großes, Negatives, vor allen Dingen, wenn ein Mensch irgendwie zu früh stirbt. Also ich kann schon sagen, das ist, also ich vermisse meinen Bruder heute noch so fast jeden Tag. Deshalb kann ich das nicht… Wie hieß dein Bruder? Hm? Wie dein Bruder hieß? Enno. Und deshalb kann ich das nicht in was Positives umdeuten eigentlich, unterm Strich. In den frühen Tokotronic habe ich aber zum Beispiel das Thema Tod seltener gefunden. Oder nicht, dass ich jetzt die totale Textanalyse immer gemacht habe, aber das taucht erst später auf. Das heißt, künstlerisch hast du das Thema nicht verarbeitet oder weniger? Ja, also man muss ja dazu sagen, die Texte sind ja nicht von mir. Und ich habe bestimmt einen Anteil an den Texten, auch wenn sie nicht von mir sind. Aber die Themen, die setzt schon Dirk. Also er hat ein großes Talent, Sachen, die im Raum stehen als Band oder unsere Geisteshaltung als Band in einem Text zu gießen. So ein Stück wie Digital ist besser. Ein frühes Stück von uns. Das beschreibt, glaube ich, einfach unser aller drei, also Arne, Dirks und mein Lebensgefühl in wenigen Zeilen. Aber es ist schon so, dass die Themen eigentlich von ihm kommen. Und ja, dass das Thema Tod bei Tokotronic irgendwann auftaucht. Eigentlich das erste Mal mit dem Stück 17 auf dem Album K.O.K. Das hat damit zu tun, dass es auch in der Band und bei Dirk einen Schicksalsschlag gab, dass ein Jugendfreund von ihm auch verstorben ist, sehr früh. Und genau, das ist das Thema, hat er später nochmal behandelt oder wir später nochmal behandelt in dem Stück, unwiederbringlich. Und das ist in beiden Fällen natürlich auch, ja, so tragisch es ist, war es ein Glücksfall, dass ich wusste dann in dem Moment, wie Dirk sich fühlt und dass wir uns darüber austauschen konnten, weil ich eben eine ähnliche Erfahrung machen musste. Weil ich zum Beispiel beim Tokotronic-Tokotronic-Album, dem Weißen, auch als Hörer damals wahrscheinlich auch mehr als einmal relativ bekifft, zumindest sehr viel Dunkles und da auch sehr viel Schweres drin gesehen habe, wo ich damals immer, also das war die Zeit, da ist mein Onkel und meine Oma in einem Jahr verstorben. Das war das Jahr, wo das Album rauskam. Und vielleicht habe ich da auch sehr viel reininterpretiert in die Texte zum Beispiel. Aber habe auch das Gefühl gehabt, dass da Tod war, die Texte sehr abstrakter irgendwann werden. Das wird dann weniger konkret auf dem Album für mich als Hörer. Dass ich da auch ganz viel Traurigkeit und Tod drin gesehen habe. Oder ist das überinterpretiert gewesen? Für mich gibt es eigentlich keinen überinterpretiert. Und auch wenn ich das jetzt dem Album nicht so attestieren würde, dass der Tod da ein Thema ist, man weiß ja eigentlich nicht so genau, was schwingt mit in den Songs. Wenn du das so empfunden hast, dann wird es irgendwie mitschwingen, denke ich mal. Das Album hat mich echt durch diese Zeit getragen. Es war so ein zweites Mal, sich in Tocotronic verlieben. Die ganz frühen mochte ich sehr. Bei K.O. okay war ich so top. Das war glaube ich auch so die Zeit, da gab es einige britische Bands, die mein Herz eher... Beatles, Rolling Stones. ...bewegt haben. Und mit dem weißen Album kam das, also ich nenne es das weiße Album, kam das zurück. Das ist ja auch total, also das ist für uns ein großes Glück. Also wenn ich das jetzt von dir höre, und das höre ich auch manchmal von anderen Leuten, die unsere Musik hören, dass sie mal ausgestiegen sind und sich dann aber wieder interessieren, das finde ich ganz toll. Weil das ist ja nicht selbstverständlich. Weil meistens hört man ja eine Band und dann... Dann wird sie langweilig. Dann wird sie langweilig, dann hört man sich eine andere Band an, aber dass Leute so zurückkehren zu ein, das freut mich wahnsinnig. Und das war natürlich auch... Weißer Album war auch so ein Album, wo wir uns ein Stück weit neu definiert haben. Das war echt eine harte Arbeit. Unter der wirklich tollen Hilfe von Tobias Lewin, dem damaligen Produzenten, ist uns das gelungen mit viel Zeitaufwand. Also man muss einmal kurz für die, die Tobias Lewin nicht kennen, ich glaube, dass alle Bands, die ich kenne, die mit Tobias Lewin eine Platte gemacht haben, das durchaus auch als eine Psychoanalyse... Also das sind immer sehr aufwendige Prozesse, in die der, glaube ich, mit Künstlern geht. Ja, er geht halt so... Im Nachhinein, wie gesagt, er geht sehr tief rein in die Bands. Das ist aber sehr gewinnbringend. Vielleicht kann das sogar so weit gehen, dass wenn eine Band irgendwie nicht wirklich funktioniert, dann kann man das bei Tobias auch erkunden. Und vielleicht kommt man dann auch zu dem Schluss, dass man da wirklich was ganz anders machen muss. Und zu dem Schluss sind wir auf jeden Fall auch gekommen. Also wir hatten ja ein erfolgreiches Album davor gemacht, aber es war trotzdem irgendwie wichtig, uns dann neu zu definieren. Und heute würde ich das so sehen. Er hat uns dabei sehr umfassend geholfen. Eine Sache, die ich bei euch künstlerisch sehe und wo ich mich frage, Verluste erlebt zu haben, hat bei mir häufig dazu geführt, mehr im Moment zu sein und weniger anachronistisch so ein bisschen nach hinten zu schauen. Bei fast allen Tocotronic-Konzerten, auf denen ich war, wenn ihr nicht gerade eine Platte abgefeiert habt, eine alte, war, dass ihr euch so ein bisschen verweigert habt, alte Hits zu spielen, sondern euch im Hauptteil der Show schon sehr auf aktuelle Werke konzentriert und dann zur Zugabe nochmal was Altes raushaut. War das eine Beobachtung? Also habe ich zu wenig Tocotronic-Konzerte gesehen? Das hoffe ich nicht. Ja, immer zu wenig. Definitiv. Nein, aber du weißt, was ich meine, dass das schon sehr im Jetzt fokussiert ist, was ihr da macht. Ja, also wir haben eigentlich so, es gibt ja wirklich Bands, die das viel radikaler machen als wir, die dann wirklich... Hit-Verweigerung vor dem Herren. Ja, das machen wir ja nicht. Wir haben vielleicht so ein bisschen so ein Konzept, dass wir schon am Anfang eher die neueren Stücke spielen und dann zu den Zugaben die Hits. Also umgekehrt wäre es, glaube ich, auch dramaturgisch unklug. Aber unser Werk wird ja glücklicherweise auch immer breiter und immer weiter. Und ja, das ist eigentlich eine ständige Überlegung, wie viel Neues und wie viel Altes spielt man. Und da gibt es aber jetzt gar kein Dogma, dass wir das so oder so machen müssen. Wir versuchen das eigentlich... Ich meine doch eher ein Verhältnis. Das ist gar nicht dogmatisch, sondern eher, ich entdecke bei mir, dass ich gar nicht so nach hinten schaue. Dass ich immer denke, ey, ich habe ganz viel Glück gehabt mit dem, was ich in meinem Leben erlebt habe, aber jetzt zählt. Das ist das, was mich ausmacht. Und nicht das, was ich vor 20 Jahren gemacht habe. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir in der Band sind da vielleicht auch unterschiedlich strukturiert. Ich glaube, ich, wenn ich jetzt mal von mir rede, ich bin schon eher der Typ, der gerne zurückblickt. Ich habe auch so ein bisschen so eine sentimentale oder nostalgische Ader. Und es macht mir schon wahnsinnig, also kurz gelassen, es macht mir schon wahnsinnig viel Spaß, auch alte Stücke zu spielen. Und weil es hat auch damit zu... Das gilt aber, glaube ich, für uns alle vier, die kann man halt auch im Schlaf spielen. Also da könntest du mich irgendwie um drei Uhr nachts aufwecken, mir den Bass in die Hand drücken. Und da ist es schön, ein Stück so spielen zu können. Dieser Moment ist erst irgendwann erreicht, dass man wirklich spielen kann, ohne nachzudenken. Und dass man nicht denken muss, zu welchem Bund muss dieser Finger jetzt greifen. Und erst dann ist es eigentlich wirklich, und da ist man wieder beim Musikertum, erst dann ist es wirklich musizieren. Okay. Dann ist letztes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Mama verstorben? Nein, dieses Jahr. Dieses Jahr im September, ja. Was ist passiert? Ja, meine Mutter hatte ja schon ein höheres Alter. Sie ist mit 85 gestorben. Und sie hatte sehr unerwarteterweise einen Gehirntumor. Und war dann ein Jahr lang krank. Und ja, das ist, genau, das hat mich jetzt in diesen Corona-Zeiten natürlich nochmal irgendwie ganz besonders blöden Umständen begleitet. Hattest du die Chance, also wie war euer Verhältnis, war das gut? Ja gut, also das Verhältnis, mein Vater ist schon vor 13 Jahren gestorben. Und also das Verhältnis zu meinen beiden Eltern war gut, würde ich sagen. Zu meiner Mutter eben auch sehr gut. Ich bin ja nach Berlin gezogen, irgendwann vor ungefähr 10 Jahren. Und meine Eltern sind beides alte Berliner, sind in Berlin aufgewachsen. Lange vor meiner Geburt nach Hamburg gezogen. Und als ich dann abzeichnete, dass ich in Berlin bleiben werde, ist sie, was wirklich eine Leistung ist nach über 50 Jahren, ist sie nach Berlin zurückgezogen. Sie meinte, ja, wenn ihr jetzt hier seid, und ich habe ja auch zwei Kinder, und damals dann wurde unser erster Sohn geboren, meinte sie, ja, ich könnte mir vorstellen, auch nach Berlin zu ziehen. Und dann ist sie hier in so ein betreutes Wohnen, eine Einrichtung gezogen in Kleinmachno bei Berlin. Und ja, wir hatten ein gutes Verhältnis. Das heißt, im Alter seid ihr auch näher wieder zusammengerutscht? Oder sie ist näher an euch gerutscht? Ja, also ich merke das ja selber schon, dass man ab einem bestimmten Alter unflexibler wird. Und das war eine gute Entscheidung, die sie da getroffen hat. Auch eine mutige Entscheidung. Das heißt aber, sie war auch viel und nah bei ihren Enkelkindern? Ja, ja. Und kannst du das erzählen, oder ist das zu privat? Ab einem gewissen Punkt wird es dann klar, dass neben deinem Bruder und deinem Vater jetzt quasi das letzte Mitglied deiner Kernfamilie verstirbt. macht das, weil es ist der letzte, an dem du dich verabschieden kannst und verabschieden musst. Wie hast du das gemacht? Weißt du das noch? Oder kannst du das beschreiben? Na, es war ja ein langsamer Abschied, weil ein Gehirntumor ist natürlich eine schreckliche Krankheit. Ja, man weiß auch nicht, wie lang, das ist vorher nicht so ganz klar, wie lang wird die Lebensdauer sein. Die Hirnchirurgen im Krankenhaus meinten da auch mehr zu wissen, als sie wirklich wussten. Also ich finde das auch ganz, ganz interessant. Ich habe jetzt keine großen negativen Erfahrungen mit Ärzten gemacht, aber man merkt doch, unter manchen Chirurgen dann doch mehr Selbstbewusstsein gibt, als angebracht wäre in ihrer Disziplin. Und genau, im Endeffekt kann man nichts sagen. Und ich habe dann aber sehr positive Erfahrungen mit der Palliativmedizin gemacht. Meiner Mutter war es einfach wichtig, zu Hause zu sterben. Und das war auch so. Zu Hause ist dann in Klein-Machno? Genau, in Klein-Machno. Und ich war auch da, als ich starb. Das war mir sehr wichtig. Und ja, ich konnte mich da gut verabschieden. Aber es ist natürlich eine harte Zeit gewesen, wenn jemand so langsam geht. Also wie es ist, ist es schrecklich. Wenn jemand einen Herzinfarkt hat und sofort tot ist, ist es schlimm für die Angehörigen, würde ich mal sagen. Und so ist es auch schlimm, weil das natürlich zum Schluss mit einer Demenz einhergeht. Also was ich bei Hirntumoren häufig höre, sind so Wesensveränderungen? Gab es das bei ihr? Nein, das nicht. Sie hatte eine Aphasie und es war sehr schlimm für sie. Also die Aphasie ist wortfindungsschwierig. Genau, weil sie sich dann nicht mehr so artikulieren konnte, wie sie wollte. Ja, ich denke mal, es ist schwierig. Aber es war ein sehr schweres Jahr für mich. Und ich bin nicht einverstanden mit solchen Krankheiten, das sie gibt. Es ist schrecklich. Und es ist ein Riesenumbruch im Leben, wie du angedeutet hast. Wenn die Eltern nicht mehr da sind, das ist einfach. Aber ich versuche jetzt, ich sehe das so als neue Lebensphase. Und das ist halt so. Und diesen Wunsch, zu Hause zu sterben, hatte sie dir gegenüber formuliert? Oder hat das festgelegt? Wenn das möglich ist, finde ich es immer schön und besser. Ja, nee, das war klar. Da ich ja nun auch schon in der Familie mit mehreren Todesfällen konfrontiert war, war das sowieso schon klar. Aber wir haben auch, als sie gesund war, schon über... Es basierte auch auf den Erfahrungen von deinem Papa. Genau, es basierte auf den Erfahrungen meines Bruders, meines Vaters, meiner Großeltern. Es war glücklicherweise bei allen so, dass niemand im Krankenhaus sterben musste. Das spielt einfach bei uns in der Familie eine gewisse Rolle. Aber ich habe auch, als sie noch gesund war, schon mit ihr über sowas gesprochen. Es gibt ja, ich denke mal, es gibt Menschen, die bis ins hohe Alter alles verdrängen, was den Tod betrifft und auch dann die Bestattung. Und das kann ich auch verstehen, dass jemand damit nichts zu tun haben möchte, solange er noch lebt. Und auch wenn er alt ist. Bei meiner Mutter war es ein bisschen anders. Die wollte irgendwie diese Sachen geregelt haben. Und ja, wir haben über alles gesprochen, wo sie begraben sein möchte, wie sie begraben sein möchte. Und das war für mich sehr, hat vieles natürlich für mich leichter gemacht, dass ich da nicht rätseln musste, wie hätte es denn meine Mutter gern gehabt oder so. Ist sie zu deinem Papa gegangen? Also örtlich? Ja, ja, wir haben ein Familiengrab in Hamburg auf dem sehr schönen Ohlsdorfer Friedhof. Es ist ja für mich wirklich, ich sage mal, einer der Orte, den ich jetzt, wo ich hier in Berlin lebe, am meisten vermisse. Nicht nur, weil mein Teil meiner Familie dort bestattet ist, sondern auch, weil das ein wahnsinnig schöner Park ist. Ich war mal hier zum Beispiel in dem Friedhof Starnsdorf da. Das ist auch toll, aber es ist eben was ganz anderes. Für die Berliner, die das hören, muss man das, glaube ich, erklären. Der Ohlsdorfer Friedhof ist, ich glaube, einer der größten Friedhöfe, die wir in Mitteleuropa haben. Der ist also wirklich ein riesen, es sind, glaube ich, eher viele Friedhöfe auf einem großen Gelände mit einer eigenen Buslinie. Genau, es gibt Straßen, die da fahren. Es gibt viele Kapellen. Es gibt, na, dann gibt es natürlich diese ganzen verschiedenen Grabstätten, die verschiedenen Soldatengräber der deutschen, der britischen, der amerikanischen Soldaten. Es gibt... Und die Ecken sind aber auch alle unterschiedlich gestaltet, habe ich das gesagt. Ja, es ist ganz hervorragend gestaltet. Dieser Friedhofsgründer Cordes, glaube ich, hieß er. Das war ein... Also, ich finde es echt toll gemacht. Und genau so wie... Ich meine, die kleinen Berliner Friedhöfe haben auch ihren Reiz, aber wenn du dort hinfährst, also ich fahre da in der Regel mit dem Auto hin, dann fährt man erst mal so rein durch ein tolles Tor und man kommt wirklich in einen ganz anderen Zusammenhang und kann da auch den ganzen Tag verbringen. Und ich... Das heißt, für dich ist Friedhof ein Ort, den du auch nutzt? Also sowieso. Ich habe ja lang in Kreuzberg gewohnt, in Berlin und war viel, als dann unser älterer Sohn geboren wurde, weil Kreuzberg ist ja so trubelig und man hat nie seine Ruhe. Also wir haben viel mit dem Kinderwagen die Friedhöfe in der Bergmannstraße genutzt. Ich sehe da aber auch gar nichts Sarkastisches dran oder so, weil ich finde, man sollte sich vernünftig benehmen auf dem Friedhof. Also keine Ahnung. Es gibt viele Sachen, die ich sehe, die mich auch nerven, wie Leute sich da aufführen. Aber ich finde jetzt auch so, die Berührung von Kindern mit dem Tod ist völlig legitim. Zum Beispiel unsere Kinder waren jetzt auch mit bei der Beerdigung meiner Mutter. Die sind drei und sechs und ich fand es auch eine gute Entscheidung. Natürlich ist es anstrengend als Eltern so. Der Größere hat es echt super gemacht. Der Kleinere kapiert ja nicht, was da los ist, aber noch nicht. Aber ich finde es richtig. Ich finde es nicht gut, dass das Sterben und der Tod so separiert ist. Ja, ich meinte auch eher quasi du, weil ich häufig mit Gesprächspartnern hier die Thematik habe, was kann ein Friedhof, also es gibt wirklich schlecht gemachte Friedhöfe und es gibt sehr, sehr tolle Friedhöfe. Was kann ein Friedhof leisten? Das, was ich gerade raushöre, dass du quasi das Gefühl hast, in eine andere Zeitrechnung zu kommen, wenn du auf den Friedhof oder in eine andere Sphäre. Das heißt, du gehst auch aktiv zum Grab von deiner Familie. Das ist ein Ort, wo du hingehst, den du brauchst, den du willst. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine große Hilfe. Es ist nicht leicht. Es ist schwierig, finde ich, da vor das Grab zu treten, aber es ist mir wichtig. Ich musste mich gerade, als du über deine Kinder sprachst, ein gemeinsamer Bekannter von uns ist vor ein paar Wochen verstorben. Das kann ich erzählen, war der Andreas. Und das Interessante war, dass ich glaube, meine Tochter, ich hatte die Aufbahrung vorbereitet und hatte sie mit drin, weil ich kam rein, haben so eine kleine Kapelle und ich hatte gar nicht, lustigerweise auf dem Zettel, dass meine Tochter, die ist jetzt ein bisschen über zwei, gerade das erste Mal einen Verstorbenen sieht und dann bemerkte sie, glaube ich, auch, dass ich schon auch weinen musste und kam zu mir, kam auf meinen Arm und zeigte auf Andreas und meinte, kaputt. Das ist so ein Wort, was sie gerade lernt. Und ich dann meinte, ja, der ist jetzt kaputt, der geht nicht mehr. Das ist gar nicht so bewusst darüber nach. Dachte, oh mein Gott, die hat gerade das erste Mal einen Verstorbenen gesehen und kommt da ran. Aber hatte irgendwie auch das Gefühl, dass das gut war, dass ich sie jetzt nicht, also wenn wir arbeiten, wir haben auf einem kleinen Friedhof, wo die damals diesen Wim Wenders Film Der Himmel über Berlin gedreht haben, da haben wir eine kleine Kapelle gepackt und da arbeiten wir natürlich viel und ich hatte irgendwie gar nicht auf dem Zettel, natürlich hätte ich sie aussperren können, hätte sie sich nicht reinlassen dürfen, was, glaube ich, die Hemmnis in Zukunft vergrößern wird, in diesen Raum mit reinzugehen und die liefert ganz natürlich da mit rein und ich fand das, erst im Nachhinein irgendwie, dachte ich so, stimmt, das war gut für die. Papa weint wahrscheinlich selten für sie und das mal zu sehen und wahrzunehmen und aber auch einen Kontext dazu zu sehen, dass das was ist, was hoffentlich dazu führt, dass sie diese komischen Formulierungen offener mit dem Tod umgehen, aber den nicht so als ein Geheimnis wegzustufen, einfach zu wissen, da kommt was und das tut weh und das reißt dir das Herz raus, aber das kommt und je besser du dich vielleicht vorbereitest, ich glaube nicht um so weniger, aber es wirft dich anders aus der Bahn, wenn du dich vorbereitest. Weißt du, was ich sagen möchte? Nee, nicht genau. Also du hast jetzt mit deiner Mama den dritten sehr, sehr engen Menschen verloren. Das heißt ja nicht, dass du bei Mama weniger traurig bist, als du es bei deinem Vater oder bei deinem Bruder warst, aber ich glaube, dass man schon eine Lernkurve hat, im Sinne von zu wissen, okay, damit kommt ein neuer Zustand auf mich zu und vielleicht auch ein bisschen seine Bedürfnisse kennenzulernen in dem Moment. Ja, wobei ich sagen muss, es ist doch schon sehr schwer absehbar. Ich würde mich schon als eher kontrollierten Menschen bezeichnen und es ist doch interessant auch, wie wenig ich vorher absehen konnte, wie sich das anfühlt, das Leben danach. Ich war ja nun wirklich vorbereitet, weil es war klar, wie die Erkrankung meiner Mutter enden wird und es waren ja Palliativmediziner daran beteiligt, was ich auch wirklich mal sagen muss, was eine wirklich sehr wichtige Disziplin ist in der Medizin. Ich habe das ja erlebt, als mein Bruder erkrankte, da gab es das alles noch nicht. Du hast die Entwicklung quasi live. In den 90ern entstanden und das ist sehr gut, dass da nicht mit Schmerzmitteln rumgegeizt wird mehr, so wie das seinerzeit war. Aber trotzdem, obwohl man eigentlich genau weiß, was passieren wird, ist man dem dann doch sehr hilflos ausgerichtet, gesetzt am Ende. Und was ich vor allen Dingen am bedrückendsten finde, man leistet harte Arbeit bei so einer Sterbebegleitung. Das ist wirklich einfach, ist einfach Arbeit. Ist ja auch Zeit, aber vor allen Dingen ist es halt einfach, man muss ja irgendwie den richtigen Umgang finden. Man muss ja auch beherrscht sein gegenüber dem Erkrankten, jetzt in dem Fall meiner Mutter und trotzdem nicht heucheln, trotzdem offen sein. Man ist da mit vielen Abwägungen konfrontiert, denen man sich aussetzen muss. Und was ich nicht so auf dem Zettel hatte, dass man einfach nach dieser, normalerweise wird man ja nach einer harten Arbeit belohnt durch ein positives Ergebnis. Und das Ergebnis in dem Fall ist einfach gnadenlos negativ. Und dann kann man sich das schönreden, diese Sprüche, die man oft hört, jetzt hat sie es geschafft oder jetzt hat er es geschafft und so. Das kann ich aber nicht so für mich in diese Richtung bringen. Und das ist schon das, deshalb habe ich zu Anfang gesagt, ich bin hier einverstanden mit dem Tod. Das ist einfach, das ist für mich, ich habe da keine Philosophie entwickelt, oder wo ich sagen kann, dass das für mich in Ordnung geht. Das ist schon echt furchtbar. Ich finde das so spannend, was du gerade sagst, weil dadurch, dass wir ein bisschen offener bei uns im Laden arbeiten, kommen durchaus häufiger Journalisten und fragen auch, und ich eigentlich immer wieder auf den Punkt komme und sage, ey, nee, ich kann niemandem Schmerz nehmen. Es wird nicht am Ende plötzlich eine Party, weil sich das irgendjemand wünscht und man es ein bisschen bunt macht. Man kann maximal vielleicht das, was du beschreibst, man kann Umstände versuchen zu gestalten, dass es sich für dich so anfühlt, dass das, was mit deiner Mama passiert, dass es zumindest in dem Rahmen so gut wie möglich war. Nämlich nicht alleine in einem Krankenhaus in Corona-Zeiten versterben, wo niemand hin kann, oder du das Gefühl hast, okay, da, wo ihr Schmerz körperlich genommen werden konnte, ist es passiert. Und all das ist schon quasi der beste Weg, mit dem nicht einverstanden sein und dem Tod umzugehen. Und das ist was, was so bei mir offene Türen einrennt, weil ich gerne Menschen treffe, die dann diese Illusion haben, dass es plötzlich leichter wird, nur weil plötzlich deine Kinder die Urne für Oma gebaut haben. Nee, es wird nicht leichter, aber es wird richtiger im Falschen, was du beschreibst. Es ist ja auch so, diese ganzen, alles, was da ansteht, das hat schon, also das ist eine Bestattung, in welcher Form auch immer sie abläuft. Das ist schon einfach ein ganz wichtiger Prozess, weil es ist einfach extrem gut, dass man dann in dem Moment, wenn jemand gestorben ist, erst mal so viel zu tun hat. So war zumindest mein Erleben bisher immer, diese ganze Organisation ist ja auch irgendwie ein Teil Trauerarbeit dann. Es gibt manchmal das Problem, dass Leute sich dann in solche Tätigkeiten stürzen und das Trauern darüber vergessen. Aber ich habe bisher immer die Beerdigung, auf denen ich sein musste, als sehr wichtig erlebt. Und Gott sei Dank, also ich bin nicht in der Kirche, aber meine Mutter war in der Kirche, meine Eltern, mein Bruder und ich bin jetzt auch kein Atheist. Also ich habe da so meine Haltung noch nicht so wirklich gefunden. Finde ich auch ganz interessant. Hast du ja auch noch Zeit. Ja, genau. Aber ich hätte eigentlich gedacht, so mit so annähernd 50 weiß man ja Bescheid. Aber ist ja egal. Ist ja vielleicht auch eine lebenslange Suche. Aber ich habe einmal bei einem meiner Großelternteile so einen Pfarrer erlebt, der so eine Trauerrede Dienst nach Vorschrift gehalten hat. Das war schrecklich. Und sonst habe ich da eigentlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Also die Bandbreite von Geistlichen ist ja sehr weit. Und mir liegt das immer eher, wenn diese Menschen auch so ein bisschen so eine philosophische Ader hatten. Und für mich war auch der Pfarrer meiner Mutter eine ganz wichtige Person tatsächlich. Der ist auch, obwohl er ja in Berlin hier war, ist auch für die Beerdigung nach Hamburg gefahren und hat da eine ganz tolle Trauerrede gehalten. Ich habe mich auch vorher dann erstmal hingesetzt mit ihm, lang erzählt über unsere Familie und meine Mutter. Und er hat das also, das muss ich schon sagen, das vergisst man manchmal, wenn man auch so gegen die Kirche und so, dass diese Menschen doch eine Fähigkeit haben können, die wirklich ganz eklatant ist. Ja, genau. Und bin da komplett bei dir. Ich mache einmal im Jahr, bin ich in Wittenberg und mache Predigerseminare, wo die jungen Vikare sind, die das gar nicht mehr missionarisch verstehen, was die da machen, sondern das wirklich als eine seelsorgerische Tätigkeit einfach wahrnehmen. Und ich auch hier in Berlin, also ich kenne so viele tolle Pastorinnen und Pastoren, die das so toll gestalten. Und ich komme, also ich bin ja noch, also Ossi, noch mehr als Atheismus. Dein Bezug dazu ist nicht so groß. Atheismus ist mir quasi mit dem Hammer eingeprügelt worden. Und mit der Sichel. Mit der Sichel ist es mir. Und ich da ganz viel Schönes sehe, wie die ihre Liturgien nicht auflösen, aber nicht an diesen Liturgien festhalten, sondern sagen, ey, wie integriere ich auch die Familie. Also wo es dann fast schön ist, dass, ich weiß nicht, hast du auf einer der Trauerfeiern mal selber was gesagt? Ging das? Nein, das wäre mir auch zu viel gewesen, ehrlich gesagt. Und ich bin ganz froh, dass da jemand da ist, der es macht. Also ich habe die schon mitgestaltet, die Trauerfeiern. Was jetzt Musik angeht zum Beispiel. Was lief bei deiner Mama? Mendelssohn und Bach. Also es ist ja immer so ein bisschen die Abwägung. Ich finde, die Trauerfeier muss ja der oder dem Verstorbenen gerecht werden, aber eben auch den Angehörigen und den Bekannten auch. Und ich glaube, das kann manchmal ganz schöne Konflikte geben, aber das war in dem Fall überhaupt nicht so. Ich höre ja nun nicht nur Rockmusik und gerade Mendelssohn ist mir sehr nah. Und ja. Heißt das eigentlich, wenn du vor dem Grab stehst, wo jetzt dein Papa, dein Bruder und deine Mama liegt, gehst du da auch hin, wenn du stirbst? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin, glaube ich, eher so ein Typ, der noch dabei ist, den eigenen Tod zu verdrängen. Und also ich habe da keinerlei Vorsorge getroffen bisher. Das heißt, es wird auch keinen Tukotronik-Auftritt mit einem anderen Bassisten geben auf deiner Trauerfeier. Oh Gott. Also gibt es keine Ideen darüber, ob du verbrannt werden möchtest oder ob dein Körper beerdigt werden soll? Gibt es keine Bilder bis jetzt? Also zweierlei. Erstens kann ich sagen, gibt es nicht und das wäre mir dann doch auch ein bisschen zu privat, das hier zu erzählen. Okay, das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass das noch ganz lange hin ist, dass du dich damit ernsthaft auseinandersetzen musst. Dankeschön. Und bis dahin hoffentlich noch viele Tukotronik. Und ist das Bierbeben eigentlich, ist das aktiv noch? Ab und zu. Also das muss man einmal kurz sagen, die eigentlich wichtigere Band ist das legendäre Bierbeben. Also wir sind sporadisch aktiv. Es gibt jetzt demnächst erscheint so ein Sampler, ich glaube 50 Jahre Tonsteine Scherben. 50, kann das sein? Ja, 50 Jahre Tonsteine Scherben. Da sind wir beteiligt mit einer, da wurden wir gefragt und sind beteiligt mit einer. Als Bierbeben. Als Bierbeben haben wir uns zusammengefunden und wie ich finde, sehr schönes Cover von dem Song Mein Name ist Mensch gemacht. Das erscheint jetzt in diesen Tagen. Es ist halt, wie das so ist, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und wenn man dann Familie hat. Die Lebenszeit ist doch begrenzt und ich muss da Prioritäten setzen und natürlich bin ich für den Hauptteil meiner Arbeitszeit mit Tukotronik beschäftigt und eben noch mit meinem Podcast Reflektor, der ist eben auch doch arbeitsintensiv. Das hast du aber auch erst in den letzten Jahren so intensiv entdeckt. Ja, seit einem Jahr. Ich habe mir das eigentlich so überlegt und dann habe ich da so ein Feld für mich gefunden, was mich sehr inspiriert auch. Also davon abgesehen, dass ich eh gern mit Menschen Gespräche führe und auch das so eine schöne Form finde, mit anderen Künstlern ins Gespräch zu kommen, mit denen ich vielleicht sonst gar nicht ins Gespräch kommen würde und vielleicht auch so ein bisschen Grenzen einzureißen, weil man denkt ja immer sehr an Genre-Grenzen bei der Musik. Wen hattest du da jetzt so zu Gast? Ein Genre-übergreifend? Ja, ganz verschieden. Also fangen wir mal an bei den Älteren zum Beispiel. Reinhard May hatte ich zu Gast. Dann hatte ich Yellow, das ist so ein Elektro-Pop-Duo aus der Schweiz zu Gast. Aber auch Rapper wie Haiti, Hatta oder die Antilopen-Gang und eben auch. Die hier auch schon war. Das weiß ich, genau. Die haben ja nun leider auch einen sehr tragischen Einschnitt in ihrer Bandgeschichte gehabt mit einem Suizid. Aber auch so Leute, die in meiner eigenen persönlichen musikalischen Biografie wichtig waren. Letztens hatte ich Tilman Rossmi zu Gast oder Stefan Mahler, den Schlagzeuger und zu einer gewissen Zeit Kopf der Band Slime. Also wirklich sehr unterschiedlich. Ich danke dir, dass du hier warst und hoffe auf viele, viele, viele weitere Tocotronic-Alben, die dann möglichst wenig mit Trauer zu tun haben. Ja, dankeschön. Im nächsten Jahr, Corona weiß wann, erscheint unser nächstes Album. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Ich danke dir. War sehr anders, dieses Interview, als ich sie sonst kenne. Aber sehr schön. Danke. Ein unvermeidlicher Gast Das unvermeidliche Thema The End Ein Radio 1 Podcast Auf Leben und Tod Not The End Untertitelung des ZDF, 2020